Hey meine Lieben und Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dragon Ball Zeit Kakarot Wir sind hier wieder mit Son Gohan, wo wir aufgehört haben Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo oder falls ihr neu auf dem Kanal seid Würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr mich kostenlos unterstützen würdet So, wir haben ein neues Outfit Also ich muss sagen, bis jetzt gefällt mir das Spiel eigentlich ganz gut Außer was ich halt bemängle ist, dass mit dem Flugsteuerung, das haben die echt nicht gut hinbekommen Also ich hätte gewünscht, dass es viel, viel flüssiger wäre Also wäre viel besser gewesen Das gefällt mir bis jetzt gar nicht Aber sonst finde ich bis jetzt alles perfekt Sonst alles perfekt Ja, ich bin Son Gohan Ich bin und ich bin Ich bin Ich bin schon von dem Blumen. Der Vater, der Herr von Sönn-Günen, ist es sehr schwierig. Schau mir bitte. Was ich gesagt, was ich gesagt? Ich bin zu helfen. Aber ich bin mir leid. Ich bin nicht so gut, dass ich mich nicht so gut bin. Ich bin so gedacht, dass ich mich nicht mehr zurückkriegte. Ich bin doch nicht so gut. Ich bin jetzt nicht so gut, aber ich bin jetzt nicht so gut. Ja. Ich bin jetzt nicht so gut, aber ich bin jetzt nicht so gut. Ich bin jetzt Kari, ich werde dir das zu erzählen. Ach, ich werde dir das zu helfen? Das ist so. Das ist so. Wenn du dich an den Karten gehst, dann kannst du dich zu erzählen. Das ist das. Kari, ich werde dir das zu erzählen. benutze im feld fange drei hirsche versuche dich als jäger in drei hirsche erlegt hirsche wo seid ihr ich habe sie gefunden so also muss sich drücken online die armen dinge so ach so dass man damit ich schneller finden kann okay und jetzt muss ich die irgendwie kann schlagen ich muss die mit diesen dingern treffen online das war richtig schwer nein das arme ding die tun leid okay eins habe ich schon mal ja wo sind denn hingelaufen wenn ich damit laufen ist es viel einfacher wenn ich damit laufen ist viel einfacher als wenn ich so einfach rumstehe das armen irgendwie das immer so schreit drei hirsche hätte ich schon mal so jetzt muss ich wieder zurück zu jajirobi immer mal schön die kugel sammeln denn das muss ich das jetzt mal singen ich bin da jajirobi ich bin da hier gibt es ich bin da Säger! You're good! You're good! You're good! Thanks to the guys! You were a great guy! So we're going to have to spin it. You're going to have to spin it. You're going to have to spin it. I'm going to go back. Okay, we're going to play as Piccolo. You're good! You're good! You're good! You're good! You're good! I think it's also a thing, that I noticed that Piccolo is completely vernachlässigt. Actually, I like Piccolo as a character. But now I'm only going to go to Vegeta in the middle. You've been here. You are right. You're too bad. You're right, I'm going to go back. You're good! You're good! You're good! I'm going to go back! Oh, here! Oh, Ten-Chin-Han! Ten-Chin-Han. You are right! You are your power! You are your friends! Ich hoffe, dass du an den Stichken wiederumstest. Du bist so ein Zeuggeruch zu sein. Das ist das eine große Worte. Ich bin, dass du dich nicht wahrgenommen hast. Ich werde dich nicht verletzt, dass du es nicht verletzt. Das ist dann, was du besser gesagt. Oh, du kannst dir dich nicht verletzen? Ich habe die Familie durch den Stichken gebildet. Was ist das? Das wird aber noch bereuen, leider Tenshinan. Das tut mir aber sehr, sehr leid für dich. Langsam mache ich das ganze Kampfsteuerung aber raus. Viel viel besser wie am Anfang, finde ich. Ey, komm, komm zu dir! Yes! Ah, ich hab's nicht geschafft! Oh, tschüss! Oh, tschüss! Oh, tschüss! Kein Gegner für Piccolo, kein Gegner für Piccolo! Oh, tschüss! Nichts! Na da, zuha Kofferも doppelt ein... Ich muss mich für Sie für eine Weile gewisse. velas So, dann schaue ich mich ja weiter um. Ich muss unbedingt diese eine Kraft, Stärke finden, was Piccolo gespürt hat, meine ich. So, teste was so ein Goa's Rennen gebracht hat, dann fliegen wir mal sofort dahin. Ich glaube, ich mache privat diese Z-Kubeln sammeln und mein Charakter bisschen stärken, sonst wird das zu lange dauern alles. Ich habe mich nicht auf die Z-Kubeln geflogen. Sonst hat er sich nicht auf die Z-Kubeln geflogen. So, dann war es, dass der Z-Kubeln geflogen ist. So, dann kam er sich wieder auf die Z-Kubeln. Wer kennt diese alten Folgen nicht? Was ist das? Was? 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 Was ist... ...eine die Schuhe aufgerufen? Da ist der Schuhe... Oh, das ist der Schuhe! Das ist doch! Wir haben uns! zum glück hat das nicht wie bei der selbe so lange gedauert 違うしゃれを �era もしましい リーパーレー もデンはにデウン ここに来た オーラー 開放様に資 いい slam してもらおうと思って Das ist ja schon. Ich bin ein Paarer von einem Geist, die Sie irgen, wie ist es zu tun. Das ist ja nicht so. Ich werde dir das, Kaio-Sein. Wenn ich so sagen, dann testate ich es. Ich möchte diesen Geist des Gäges des Echels, die Kaio-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein-Sein schäuern. Ich bin das dann aber nicht so. ein kuh mit einer axt nennt man hackfleisch wo wohnt ein katze am liebsten im mittelhaus ich würde sagen ich sage einfach auch mann okay dann nehme ich ein kuh hey das ist doch ganz easy ok dann katsu omae tada mohnじゃないな 教えてやるぞ最高のギャグ たわいいかさ 物質教えてくれよ なんだ武術かそれを最初に言わんかい 劣れ今の力を見せてみろお前がどれほどのやつか見てやる こっここまでのやつとは いいだろ修行をしてやろう こいつなら極められるかもしれん 海王剣をそしてあの必殺技を こいつか 覚悟を決める ピッコロさんは僕の師匠 So, ich würde sagen, ich beende das ganze Video jetzt hier und mache beim nächsten Mal weiter, wo wir aufgehört haben. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!